Ich bin schon seit über 30 Jahren in der Altenpflege tätig und ich habe gemerkt, dass ich gerne mit Menschen zusammenarbeiten möchte. Das ist für mich heute wie damals wirklich eine Berufung. Wir sind hier in der Seniorenresidenz de la Vendio in Melle. Wir haben eine komplett ausgestattete Wäscherei. Das ist für uns ein ganz großes Thema, weil das ein hohes Qualitätsmerkmal ist und ich würde mal behaupten, dass es eine intime Angelegenheit ist, wenn der Bewohner uns seine Wäsche anvertraut. Melle hat uns damals angeboten, die Wäscherei auf dem Reißbrett zu planen und hat uns gezeigt, dass es viel besser geht, dass hinterher auch wirklich passt. Mit den Maschinen, mit der Bügelstation, mit den Sortiertischen und das hat uns einfach in erster Linie überzeugt, dass wir gesagt haben, da möchten wir gerne die Zusammenarbeit mit Miele. Mit der Plattform MieleMove können wir die Maschinen überwachen. Wir können also sehen, welche Programme eingesetzt wurden. Wir können sehen, wann die Maschine lief und wir können halt eine Auswertung fahren. Beispielsweise sind die Hygieneprogramme eingesetzt worden. Wir können schauen, wie häufig lief die Maschine am Tag. Dadurch können wir natürlich auch unseren Personaleinsatz steuern. Das Allerwichtigste ist, für die Menschen da zu sein, zuzuhören, ein Zuhause zu schaffen. Wir wollen versuchen, so eine Win-Win-Situation zu erreichen. Das ist immer so meine Devise. Geht es dem Mitarbeiter gut, dann geht es auch dem Bewohner gut. Das kann man nie auseinander dividieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017